Das ist Sascha. Sie ist eine von unseren drei Millionen Patienten pro Jahr und der Grund, dass es uns gibt. Wir bei Anikura sind mehr als 7000 Mitarbeiter, von Rezeptionisten und Verwaltungsangestellten bis hin zu Tierarzthelfern und Tierärzten, die alle danach streben, für jeden Patienten das Beste zu tun. Wir teilen Freude und Leidenschaft bei der Arbeit mit den Tieren und das Bestreben, Tierbesitzern eine vertrauensvolle Unterstützung zu sein, wenn wir gebraucht werden. Wir glauben, dass wir gemeinsam mehr können. Eine enge Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen und Erfahrung sind unsere grundlegenden Werte und waren immer schon Teil unserer Kultur seit unserer Gründung in Schweden im November 2011. Heute gehören zu unserer Gruppe mehr als 350 sorgfältig ausgewählte Tierkliniken und Tierarztpraxen in zwölf europäischen Ländern. Als Teil von Mars Veterinary Health gehören wir zu einem stabilen und verlässlichen Familienunternehmen und haben das gemeinsame Ziel, eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen. Die internationale Zusammenarbeit unter einer Marke ist eine relativ junge Entwicklung in der europäischen Tiermedizin. Wenn wir es richtig machen, ist dies eine großartige Chance für die gegenseitige Unterstützung unserer Kliniken. Unser Name Anikura, eine Kombination aus den lateinischen Wörtern für Seele und Leben und für Heilen und Pflegen, soll eine gedankliche Verbindung zu qualitativ hochwertiger tierärztlicher Versorgung und hervorragender Kundenzufriedenheit herstellen. Um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, investieren wir in unsere Einrichtungen und in moderne technische Ausstattung. Viele unserer Tierkliniken und Tierarztpraxen befinden sich in modern eingerichteten Räumlichkeiten. Außerdem entwickeln wir die veterinärmedizinische Kompetenz sowohl intern als auch extern kontinuierlich weiter und verbessern unsere Qualitätsprozesse. Nachhaltige Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige tierärztliche Versorgung sind uns wichtig. Für unsere Mitarbeiter, die Haustiere und für den Planeten, auf dem wir alle leben. Wir streben eine Arbeitsumgebung an, in der jede Stimme gehört wird, in der unsere Mitarbeiter sich entfalten und entwickeln können und in der wir kompetente und geschätzte Führungskräfte haben. Das tun wir, weil wir wissen, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Gut sind und jeder Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielt. Gemeinsam sind wir Anikura. Unsere Vision ist klar. Gemeinsam wollen wir die Tiermedizin von morgen gestalten.